Jetzt wird es dunkel. Guten Morgen Leute! Eine neue Woche startet schon wieder. Wochenende vorbei. Einmal alle... ooooh. Zum Frühstück gibt es ein Brötchen. Das weiß ich noch nicht. Vegetarischen Schinkenspieker. Auf jeden Fall. Sonst weiß ich noch nicht. Vielleicht Frischkäse? Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Ja. Erstmal richtig wach werden angesagt hier. Und... Sag ich mal bis später. Heute waren wir wieder in der Kantine essen. Hier seht ihr das Mittagessen. Es gab einfach nur Kartoffeln. Mit so vegetarischen Gemüsebärchen. Die äh... Ja, waren so... Gar nicht mein Ding. Nein. Und dazu einen kleinen Salat. Der war auch irgendwie nicht so toll wie sonst. Aber Hauptsache mit Mais und Salat und Gurken vor allem. Na ja. Das Beste waren dann an dem Essen die Kartoffeln. Ciao, ciao! Na und Leute. Wir machen immer eben Kaffee. Von meiner Mama. Dann gibt es noch schöne Abendbrot. Es gibt ein Brötchen. Oh, herrlich. Mit äh... Mit äh... Milbetarfen schnitteln. Ich hab's noch eingepackt. Gatti ist fertig. Wow. So, wenn ich das jetzt mal rüberkarren, ne. So... Äh... Tablette ist schon sehr voll. Okay, du... Moomade. Machen wir mal so. Ja. Hm. Wollen wir noch Strom ausmachen hier, ne. So. Oh, wow. Ganz schön schweres Tablet. Hihiiii. Jetzt wird's dunkel. Haha. Guten Abend, ihr Lieben. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.